Wir haben hier einen Falschparker, ein grüner Audi, die den Kindzeugen ESW CZ 43, der hier hinten am Nachplatz falsch geparkt hat. Ich weiß es zum wiederholen, mal darauf hin, Falschparker dürfen wir hier nicht. Wir haben unsere eigenen Mittel, uns dagegen zu wehren. Also im Besitz des Fahrzeugs bitte umgehen, zum Nachplatz kommen und fahren Sie ihr Schlüssel weg. Letzter Aufruf von dem Falschparker. Hier kommt Franz Schneider. Normalerweise in Puppelegen, unser Beckermann ist in der Schützwegerei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Fahrzeuge ist unsere M48 drücken, oder? 1. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 1. 2. 2. 3. 3. Untertitelung des ZDF, 2020 So, das ist all they have to do. So, bravo Applaus! So, bravo Applaus!